so okie ich muss mal ganz kurz hier ja mal ganz kurz hier mein ultra book mal kurz ja wie ihr sehen könnt läuft auch unter knoppiks hier da knoppiks also bei mir läuft wirklich echt alles komplett unter knoppiks und zwar komplett out of the box das ist geil das gefällt mir gut ok macht was er soll und zwar laden so weiter text das schöne ist monster kann uns hier fast kaum was anhaben wollte genauso wie wir weggespült werden das ist natürlich ein gewisser vorteil fledermaus die schlage ich noch ganz kurz ab das ist der perfekte zeitpunkt oder der perfekte aus dem fackel weiter kleine klar kommt erstmal eine kuh rein oha hier geht es wirklich weiter runter dass man die aber auch nicht hört es ja oder und darum geht es wieder raus auch maniert mit drei ruhe hier facken müssen raus so wo war hier noch gerade noch eine spinne habe ich genau gehört ok immer auf rofter alter ich fick dich gleich bis du bist geht doch man sieht einfach gar nichts trotz fackeln so wo geht es denn hier lang da ist licht ach da ist einer von unseren räumen leck mich doch am arsch das war da wo wir letztes abgebrochen hatten nice ok das ist geil und dass wir gleich tot sind ist aber nicht so nice wollte ich noch mal angemerkt haben du kommst jetzt mal her dankeschön und du kommst auch mal her was mache ich hier gerade ich bin am sterben ich brauche lebensmittel dankeschön oh mein gott antrag antrag dankeschön da ist noch einer antrag perfekt alles der spieler beseitigt hatte die laut da kommen wir mal her ja alter wir müssen mal irgendwie mal dynamit bauen können wir einfach wenn wir uns die nerven einfach mal die dynamit irgendwo hinsetzen die alle schon dahin locken und dann party hort ouch oh man alter äh 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 ach lol pf pf wie heißt das denn ist natürlich problematisch weil man sich wenn ein tunnel im kreis verläuft kann man sich da auch sehr schnell drin verlaufen wenn man dann überall im kreis läuft und wenn man immer denkt ach da muss ich doch hin da war ich doch genau war ich doch hä den muss ich doch jetzt hin muss ich deine mutti oh es ist ungemütlich hell so wo kommen wir hier hin hier geht es auch wieder raus da ist auch wieder licht hä hä na komm stürf halt dankeschön wo sind wir jetzt hier es ist jetzt nicht etwa auf die andere seite oder doch ist die andere seite lol nice gefällt mir oh gott ok kommen lassen wir auf jeden fall sind da erstmal keine ubanscheche wie es aussieht von daher guck mal weiter wir sollten doch unser schiff hier mitnehmen oh komm zu papi komm zu papi komm du wohnen auf da jawoll wir wollen hier kein fleisch verschwenden so komme ich da rauf da kommt sowas von rauf da kommt locker rauf klappen du mit Pferd du fuck komm ich nicht rauf äh 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 hat nichts gebraucht scheiße komm ich auch nicht rauf hm vielleicht wird es wirklich mal ein boot bauen da geht es auch wieder rein ok ich denke immer so dunkel also jetzt drin wird es natürlich dunkel oh da geht es auch wieder runter oha boah jetzt kannst du doch scheiße dunkel drinne hallo danke oh mein gott 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 oh oh ok hier geht es wesentlich steiler runter als mir lieb ist aber sowas von ähm scheiße ok den holen wir ab und jetzt bewegen wir uns mal ganz langsam immer nach unten da 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 so ok du kommst auch noch mal ab hier ne du bist ja auch ein bisschen unsympathisch ok abgrund sympathisch wir machen wir doch ein bisschen weiter runter also aber den nämlich bis hier und dann können wir den noch weiter runter kloppen den können wir doch weiter runter kloppen und haben wir hier eine richtig schöne treppe aber es ist einfach so scheiße dunkel hier nein welche war das war das da hier ja genau mit der können wir uns langschleichen weil das ist ja noch tiefer runter wollt ihr mich ficken aber hier ist zum glück kein wasser mehr äh ich will nicht mehr äh ich will nicht mehr nein 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 kann man hier irgendwo sachte runter ohne gleich 30 Meter der Trutz ja hier kommt man hier kommt man relativ äh relativ günstig runter wobei das wort relativ hier auch relativ ist äh oh gott oh gott oh gott alter was mache ich hier gerade was tue ich hier alter was ist denn hier boah dega scheiße ist das nice wir müssen uns ganz schnell facken bauen diga unser inventar ist voll wir haben einmal kohle dein scheiß ernst gut wir können kohle abbauen oh mein gott wir sind sowas von tot oh mein gott bitte lass doch keine musste runter kommen wenn da jetzt ein creeper runter kommt wir können uns hier unten definitiv nicht auf abstand nehmen wow wir können uns ein creeper hier unten definitiv nicht auf abstand halten von daher wäre das definitiv ungesund um definitiv das wort definitiv zu benutzen um auszudrücken wie definitiv tot wir sind was ich jetzt immer weiter runter das ding sieht aus wie meine karriereleiter ja endlich ende und jetzt wieder wasser hier ist ja nach oben ok wow der ganze weg runter gekommen für nichts nur ein bisschen äh blaustein und wie auch mit dem heißt smaragd 24 wie hieß denn der blu blu und was äh blau ach lapis ja lapis lazuli ja der stellpunkt ist aber genau gar nichts man kann mit dem auch nichts machen außer sachen einfärben soweit ich weiß alter komm wir müssen hier mal aus wir müssten hier mal ganz kurz aus mein inventar ist noch grad ein bisschen zu voll du raus du raus du nein nein brauchen wir grad auch nicht brauchen wir grad absolut gar nicht gut reicht erstmal aus können wir später mal weiter schauen ob wir denn noch mehr Platz brauchen erstmal hier versuchen wo es hier hoch geht na hallo spring doch mal hoch ja alter geht es noch weiter runter wollt ihr mich ficken ok halt stopp ich möchte das nicht wir gucken ob das wasser herkommt ob wir das wasser abschalten ja man kann das wasser abschalten oder oh mein gott ne kann man nicht ist doch zu groß kacke oh mein gott da ist eine spinne wie gesagt im dunkel sind spinnen durchaus gefährlich kommen wir hier runter ich versuche mich mal hier sachte runter zu bauen ganz sachte also quasi so sachte wie ein porzellanladen da haben wir gleich ein bisschen kohle oh scheiße und wir haben keine hacke mehr gut ein hacke gott gott wie schnell das auf einmal geht so holen wir uns hier gleich mal eine fackel ran äh eine fackel kein messer so so jetzt haben wir hier schon mal eine schöne treppe okay da ist gold nur wir kommen da leider nicht ran also beleuchtungstechnisch nicht ich will gar nicht wissen wie weit es hier noch runter geht ihr wollt mich doch verarschen wir kommen hier nie wieder raus mein name ist vorbei aus ende finito feierabend da unten ist lava leckt mich doch am arsch mit eisen okay oh my goodness oh danke ach du scheiße alter ach du kacke ein glück haben wir hier fackel aufgestellt können wir uns an den fackeln zurück orientieren aber ach du kacke gut ich mach mal hier ein bisschen licht vielleicht ist hier ein bisschen was interessantes schon wie diamanten aber es sieht erstmal nicht so aus nein absolut langweilig absolut bedeutungslos absolut behindert absolut umsonnt danke äh ja gut man alter ich würde gerne mal ein paar schächte finden oder ein paar dungeons finden oder irgendwie sowas gut wir gehen erstmal dahin zu dem äh kann ich eigentlich hier runter äh ja ich kann runter fallen das war genau das was ich nicht wollte fuck ja gut okay geht also auch nicht so okay jetzt mal die Reihe da abbauen alter so mal ein bisschen nach da nein bisschen so bisschen so ja 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 jawoll und jetzt perfekt und jetzt hat man die öffentlichkeit äh an die äh oberfläche meine ich doch öffentlichkeit häh ist hier ganz seriöse öffentlichkeitsarbeit wir werden ganz öffentlich vom start geschmiert und ich meine damit nichts böses ich meine nur mitunter geschmiert oh alter kohle 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 sehr schön ok jetzt kommt die große herausforderung hier wieder rauszukommen und ich glaube wenn wir das geschafft haben war das schon wieder ein würdiger abgang für die aufnahme wobei wir sollten uns hier nicht zu viel wir sollten uns hier nicht zu viel abgraben weil vielleicht müssen wir die kohle hier behalten als aufgang das wäre nicht so gut ich hätte ich hatte ich hätte ich hätte hatte hatte ich hätte so gehofft dass wir mal ein bisschen was besonderes oder so was oder mal so richtig schön große eisenlache ja ich war so richtig schön so viel wie die kohle praktisch richtig schön schön gleich mal 60 mal eisen an einem einzigen ort einmal so richtig ronny style gut dass wir hier wieder hoch also geht er doch schneller hoch als ich dachte wir müssen halt nur hoffen dass wir nicht ersticken ich hoffe man kommt an einem stück ja wir sind ja bereits wieder oben und es ist natürlich dunkel ich muss ja richtig mit micro hoch finden wir unseren dungeon wieder unsere abkürzung das wäre nice die müsste eigentlich gleich vor uns kommen oder war ich mal kurz eine aufnahmepause um das fenster zuzumachen es wird nämlich langsam arschkalt und laut draußen ja da ist die da ist die schlucht gut ist ja noch richtig hell hier aber wie schickt das ab jetzt amt da hängt schon wieder einer in der mauer fest das gibt es doch gar nicht diese inkompetenz ich weiß nicht ob ich heute noch ein paar aufnahmen machen werde oder ob ich denn er wieder lässt place für doom aufnehmen bin ich gerade ein bisschen unschlüssig mal gucken du sterben du sterben Schien doch nicht einfach wie ein Klotz durch die Landschaft, das glaubst du nicht. Ja, auch schon wieder. Hallo? Äh, hallo? Okay. Okay, war verstanden, bitte hör auf damit. Halt, stopp, ich möchte das nicht. Kannst du bitte aufhören? Hallihallo. Äh, hallo? Alter, was ist denn gerade? Der war ja gerade so verpackt, der könnte direkt von Microsoft bestanden. Auch wenn auch ein Schweinchen. Dankeschön. So, äh, da. Oh, Tür aufgelassen. Ist aber nicht nett. So, denn mal ein bisschen abladen. Also das kann hier rein, das kann definitiv da rein, das auch. Das auch, äh, das da, das da, das da, das da, er nicht. Wobei, wie gesagt, man kann's braten. Also... Gott, Alter. Einfach, einfach, einfach so einen Kühlschrank, wo man weiß nicht. Mach heut schon auf. Umso schöner Schinken. Dann bisschen Schweinebauch. Dann bisschen Rinder, Rinderhack, ja. Richtig schon alles aufgerichtet. Ein bisschen alt. Alter Gouda und so. Denn unten einfach so eine fette Lache voller Spinderaugen. Äh. Nett. Echt nett. So, wo packen wir... Kommt immer da rein. Da ist da auch der ganze... Äh, nee, das da nicht. Der ganze Kladderbatsch. So, da haben wir ein bisschen Lazzuli und ein bisschen Whetstone. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sagt der Specht. Oh, wir haben jetzt den Knochen. Können wir wieder unser Feld wuchern. So, wir haben Eisen. Wie sagen wir nur einmal Eisen? Ich hab sie dann dreimal mitgenommen. Bin ich behindert? Bin ich nicht auf Koks? Und wir haben schon wieder so eine Kack... Äh... Hasenpfote. Whatever, da, da. So, du kommst. Bisschen Linsmittel. Wobei, ich mach aus dir am besten mal Linsmittel. Bam. So. Jetzt gehörst du da auf jeden Fall rein. Bam. Perfekt. Jetzt haben wir schon Zucker. Du kommst da erstmal auch rein. Du kommst da auch rein. Du kommst da auch rein. Du kommst da auch rein. Die Ausgabe war ich für ein Feuerzeug basteln. Können wir am besten jetzt gleich machen. Wobei, jetzt brauchen wir eigentlich grad den Feuerzeug. Ne, lassen wir mal. Achso, na gut. Lassen wir das auch mal dran haben. So. Okay. Ansonsten. Holz. Mal wieder ein bisschen hier Vorräte aufbauen. Äh, das war dumm. Danke. 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 Und dann. Danke. 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 Perfekt. Danke. 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 Okay, dann würde ich mal sorgen, ja, das war's jetzt mal, 26 Folgen haben wir ja, also 6 Folgen habe ich jetzt mit dabei ausgenommen, ja, reicht erstmal, ich glaube ich mach dann erstmal wieder ein bisschen Doom, in dem Sinne, schau mit V.